Hi Paul! Super, dass du gekommen bist, um Stammzellenspender zu werden. Das finde ich klasse von dir. Die ganzen Informationen sind hier auch. Die kannst du dir jetzt gleich mal als erstes genau durchlesen. Und noch deine Einverständniserklärung. Danach nur noch den Speicheltest. Und schon, bis du registrierst und kannst Leben retten. Und das hier ist dann die Karte, die du kriegst, das zeigt, dass du Stammzellenspender bist. So Paul, jetzt fehlt nur noch der Wangenabstrich. Dafür musst du jetzt erstmal schön den Mund ausgurgeln. Und gurgel, 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 gurgel. Jetzt natürlich die Hände schön desinfizieren. Zack, 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 zack. Sauber, gut, sauber machen. Und jetzt kommt das Stäbchen. Da helfe ich dir jetzt. Mund schön auf. Und eine Seite, die andere Seite. Und fertig ist. Super, Paul. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank.